So, werte Geis und Geiserinnen, herzlich willkommen in einer neuen Folge von Let's Play Dead Space Blind. Ja, was habe ich Bock, ne? Und ich dachte mir, du hast bestimmt nie Bock drauf. Also fang an, Junge. Deswegen sind wir wieder da. Wir haben, ja, diese sehr formschöne Tür letztes Mal aufgesprengt und können uns jetzt in den nächsten Trakt wagen. Ja, natürlich. Natürlich! Natürlich! Hier werden Leichen und Körper reanimiert und wir dürfen in die Leichenhalle. Fuck my entire life. Gut, dass draußen so warm ist. Da kann mir nicht so schnell ein Schocker bzw. ein Schauer über den Rücken laufen. Ach, wie schön. Sexy Krankenschwestern. So, Freunde. Oh, das klingt nicht geil. Oh, das klingt gar nicht geil. Lass mich raus. Lass mich doch raus. Ich will mich gar nicht umdrehen. Ich will mich nicht umdrehen. Lass mich durch. Lass mich durch. Stehen die eigentlich hinter Türen und schreien mich da auch an? Gebt euch das Ding. Geht jetzt übelst schnell auf. Es geht natürlich nicht auf. Geht bitte auf. Ich will mich nicht umdrehen. Los. Bitte, geh auf. Warum geht's nicht auf? Warum geht's nicht auf, Freunde? Warum nicht? Zum Glück. Na gut, ob das Glück ist, stellt sich noch raus. Okay, 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 okay. Okay. Ja, ich wollte gerade sagen, der Witz ist natürlich, ähm, ich wollte gerade sagen, ich suche mir erst mal eine Ecke, wo es sicher ist. Aber wenn wir uns das mal angucken. Ja, also sicher war und ist es hier nirgends. Wie soll ich das denn kaputt kriegen? Ach so, ja, kaputt treten. So, Impuls. Ja, für dieses Gewehr, ne, das haben wir uns als erste Waffe gekauft. Den Plasma-Katter hatten wir ja so. Und es hat uns einen Scheiß gebracht, dass wir hier Dosen schießen, Jahrmarkt-Style. Geht sogar. Ja, vielleicht kriege ich einen Preis, vielleicht darf ich ein bisschen länger leben. Sorry, we are full. Ne, das heißt vermutlich, dass die Krankenstation natürlich überfüllt war, weil jeder ins Krankenhaus wollte, weil keiner so wirklich drauf Bock hatte, sich in den Alien zu verwandeln. Help me, help me, me. Ja, ihm sollte also geholfen werden. Aha, wie egoistisch. Ach, Leute, ich freue mich, Krankenstationen. Krankenstationen. What? What? What happened? In welchem Game ever, Freunde? Sind in Krankenstationen jeglicher Art, sei es irgendeine Psychotherapie-Scheiß-Klinik, die Dreckskinder-Zombie fötten? Na, du Hurensohn? Nein. Verrecke, verrecke. Yes. Wo sind die anderen? Wo ist es? Ich hab's ja gehört. Da. Ähm, egal in welchem Spiel. Oh, fuck. Ungünstiger Moment, um nachzuladen, Isaac. Benimm dich doch mal, Jung. Komm, zeig mir deine schönen Tentakel-Viecher, du Missgeburt. Ja, komm, zeig sie mir da. Schön hast du da. Toll. Super. So, ich hab, glaub ich, jetzt für zwei Viecher irgendwie zehn Muni oder so verschossen. Ja, so sparsam sind wir nicht, Freunde. Ähm. Was wollte ich denn sagen? Diese Zombie-Föten-Kackviecher. Und in welchem Scheiß-Game, egal wo ihr seid. Eine Krankenstation in jeglicher Art. Guckt euch das da mal an, you. What the fuck? Ist nicht gut, Freunde. Ist einfach nie gut. So verschlossen. Hier brauchen wir einen Schlüssel. Ne, 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 ne. Was ist mit dir? Ah, das müssen wir wieder irgendwo reinstecken. Das ist der Akku. Ne, ich erinnere mich. Jetzt wissen wir ja auch, dass das so ein bisschen verbuggte Scheiße ist. Ich weiß nicht, ob ich die hier mal noch angreifen soll. Also nicht, dass die gleich noch aufspringen. Was haben wir hier? Sauerstoff. Ach, mutt das sein. Mutt das sein. Sauerstoffstation. Seriously. Aber hier ist alles zu. Von daher müssen wir uns sicherlich erstmal eine Batterie irgendwie suchen. Beziehungsweise besser gesagt, die Batterie haben wir ja. Irgendwas, wo die Batterie reinpasst. Ich finde das so krank, dass hier die Föten sozusagen auferstehen. Und wir sind ja auch noch gar nicht richtig drin in der Story. Wir wissen ja noch nicht, ist das beabsichtigt? Wer beabsichtigt das? Haben wir ja irgendwo den König von den Viechern? Vermehren die sich durch Zellteilungen? Brauchen die unbedingt den Wirtskörper? Wie sieht das aus? Weil wir hatten ja diese Fötenstationen auch, ne? Von diesem Forschungsschiff oder zum Rohstoffe sammeln oder was auch immer seine Mission war. Ihr erinnert euch bestimmt noch dran. Das erinnert mich alles in einem Grad an das Southpock-Game. Das Stick of Truth, der Stab der Wahrheit in der Fötenklinik. Wo der Nazi-Zombie-Virus dann quasi die Fötenklinik erwischt hat. Hier war noch eine Kiste. Dann müssten wir, glaube ich, hier auch aufgeräumt haben. Dann können wir den Slot für die Batterie suchen. Plasma-Energie nehme ich immer sehr, sehr gern mit. So. Hier war ja alles verschlossen. Ach hier, war ist es das? Ja, das sieht doch aus wie so ein Batterieding. Können wir die auch kaputt treten? Ne. Seht ihr mal? Die Biohazard-Dinger, die gehen nicht kaputt, Freunde. So. Wie nehmen wir das denn? War es mit F? War es mit E? Fuck. Ich habe wieder alle, alle Tasten vergessen, Freunde. Glaubt ihr es? Ah. Wo war es denn? Oder mussten wir zielen und dann? Dann F? Ah. Sieh an, der Papa lernt dazu, Freunde. Ja, ja. So. Krankenhaustrakt mit Zombies ist abgeriegelt. Ah ja, wir bringen erstmal Licht ins Dunkel. Ist ja schön. So. Jetzt sehen alle, wenn ich mir einkacke. Ist das toll. So, diese Tür ist jetzt offen. Was ist das? Notaufnahme. Ahahaha. Nein. Oh, fuck it. Echt jetzt? Äh, haha. Ah, haha. Warum? Warum ich? Warum ich? What the fuck? No. Who gets the fuck out? Ja. Ja. Hahaha. Ha, just kidding. Hahaha. Wusste ich doch. Er hatte gar keine Angst vor euch. So. Ja, komm. Gibt es eigentlich, ähm, irgendeine Bestimmung? Ihr wisst das ja. Ähm, wie oft ich drauftreten muss, beziehungsweise, was ist es, Maximum zweimal treten und dann Bonus-Loot oder reicht einmal? Oder ist es bei Mob XY wahrscheinlicher? Bist du schon tot? Okay. Ist es bei Mob XY wahrscheinlicher? Fuck my life! Oh, shit. Wo ist der andere? Der ist auch schon tot. Du lebst noch? Yo, jetzt nicht mehr. Huh. Es ist bei Mob XY dieser Gattung wahrscheinlicher, noch was zu kriegen oder eben auch nicht. Wie sieht das aus? Ich bin für Tipps offen, Freunde. Bin für Tipps offen. Ebenfalls bin ich offen für Leute, die für mich Dead Space zu Endless Playen wollen. Hahaha. Ah. Mano. So. Wir werden es nicht abbrechen. Und wenn ich mich vor jedem Part mit einem Scotch beruhigen muss. Ne, 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 ne. Ne, ne. Was ist hier los? Äh, Energiesperre aktiviert. Wie mache ich die denn aus? Fortfahren. Verbrauch einen Energieknoten. Waren Energieknoten auch nicht die Teile, die wir zum Aufwerten nehmen? Dann verbrauche ich die doch nicht. Oder? Wenn wir davon überhaupt mal eine gefunden haben mittlerweile. Oder muss ich das tun? Muss ich das etwa tun? Das wäre nicht so schön. Hallo? Äh, äh, äh. Ihr habt euch doch begrüßt, Mann. Lasst mich leben. Und lasst ihr euch auch leben. Ist gelogen. Das wissen wir. So, du springst doch bestimmt auf. Jetzt nicht mehr. Etwa doch? Nein. Kröms. Ich finde es aber immerhin nett, dass die Viecher sich ankündigen. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man sich umdreht und das Vieh schreit dann nicht mal mit. Das ist... Oh, fuck. Oh, hinter uns war auch eins, glaube ich. Warum stoppt das nicht? Oh, das musste erst richtig spawnen, oder was? Oh, scheiße, Mann. Lade nach, Isaac. Lade nach. Lade nach. Lade die Waffe nach. Nein, verdammt. Die Waffe, Isaac. Die Waffe. Beine. Beine. Köpfe. Tentackeln. Something. Woo. Oh. Isaac. Ah. Das ist die Wohne von dir, mein Jung. So, wir müssen mit unserem Reichtum ja auch bald mal wieder was kaufen können. Wenn ich bedenke, das sind alles Menschen, Mann. Alles Menschen. Alyssa Rose. Was ist denn das? Neugeborene. Ach, scheiße. Wozu ist das denn jetzt da? Damit wir auch wissen, welche Kinder Föten wir hier töten, oder was? Was soll das denn? Was sind das für kranke Scheiße? Oh, ha, ha. Näh. 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 Was ist das denn? So, Impuls. Ja, Impuls. Scheiße, braucht doch keiner. Genau, wir nehmen es natürlich trotzdem mit. Noch eine Strahlenmunition. Was ist denn, was denn für ein Strahl? Was haben wir denn für ein Strahl? Lass mal gucken. Wir haben unser Gewehr. Ja, und das war's. Ne, toll, ja. Römms. Achso, ne, wir müssen ja erst zielen und dann, ja, bam, mit dem Gewehr. Weiß ich nicht. Ich mag unseren Cutter, Freunde. Ich mag unseren Cutter. Die Sauerstoffstation, die macht mir auch ein bisschen Angst, Freunde. Die macht mir auch ein bisschen Angst. Muss ich zugeben, dass hier überall so viele sind, als wenn wir hier gleich die nächste Tür öffnen. Und ich wette, es ist die hier. Intensivstation. Dann, äh, wird's bestimmt nicht schön. Hi. Mein Name ist Aline Fisk. Ich bin gerade hier aufgewacht und alle anderen waren weg. Ich weiß nicht, was vor sich geht. Warum sind alle gegangen? Ich werde sie jetzt suchen gehen. Wenn ihr das hier hören könnt, dann kommen Sie bitte her. Ich höre ein Kratzen im Inneren der Wände. Oh, die Arme. Nein. Sind Sie Arzt? Nein. Warum sind alle... Moment, ich kenne Sie doch. Sie sind Harris, der Gefangene aus der Kolonie. Sie haben die Krankenschwester umgebracht. Hilfe. Ich brauche Hilfe. Bitte. Oh, fuck. Freunde, eine Frau, die um Hilfe schreit und wir können ihr nicht helfen. Mann. Fuck. 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 Einer der einzigen Gründe, warum ich in so ein Schiff überhaupt reingehen würde. What? Oh, scheiße. Hallo. Was ist denn mit dir los? What the fuck? Was? What? Moment, ich muss kurz auf Stimmbruch verzichten. What? What? What the fuck? Was war denn das? Vor allem, Freunde, das nochmal in einem HD-Remake, sodass man alle Organe richtig erkennen kann. Hahaha. What the fuck? Was war denn das? Was war denn das? Und was ist das da? Der hat seine Wirbelsäule ausgekackt, oder was? Oh, shit, ey. Oh, was geht hier ab? Was ist hier nur los? Was ist denn hier nur los? Was ist denn, was ist denn los mit euch, Freunde? Ich würde sagen, wir richten die Dead Space Parts nach den Speicherstationen. Ähm, ich denke, das passt bisher immer ganz gut. Sprich, ich glaube, da sind immer mindestens 10-Minuten-Parts drin. Ne, ihr wisst, schätzen kann ich ja nicht, von daher YOLO. Äh, wenn jetzt natürlich innerhalb von zwei Minuten, die ich noch mitkriege, sofort wieder eine kommt, in einem Bosskampf oder was auch immer, dann, äh, natürlich nicht. Aber ich denke, so in den Abständen passt das ganz gut, von daher, behalten wir das mal bei, weil, äh, ja, ne, so sieht's aus. Es gibt's auf, wir sind Game Over, habe ich so das Gefühl, und zwar bald. Von daher sehen wir uns im nächsten Part, Freunde. Bis dann.